Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und damit auch einen wunderschönen neuen Start in die neue Handelswoche. Uns erwartet sehr, sehr viel mit der FED-Zinspolitik. Wir haben ja gestern im Wochenausblick darüber gesprochen, was da alles kommt oder vorgestern schon. Ah, ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Es ist Montag, verzeiht es mir. Auf jeden Fall, Trading the Moment haben wir ungefähr 23.100 US-Dollar. Wenig Veränderung auf jeden Fall, beziehungsweise eine kleine Veränderung, aber an sich übergeordnet hat sich wenig getan. Wieso, weshalb, warum? Schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like, da abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinkommen. Ich denke, diese Woche kommt da wieder deutlich mehr Aktivität rein. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan, wie gesagt, 23.100 US-Dollar. Wir haben heute Nacht, oder kann man das heute Nacht sagen? Ja, 20 Uhr oder gestern Abend auf jeden Fall, noch ein Higher High reinbekommen bei ungefähr knapp 24.000 US-Dollar. Wir haben damit dieses Hoch übertroffen. Mit Stunden-Close sogar drüber. Nur die nächste Stunden-Candle wurde dann sofort wieder abverkauft. Für einen Sonntag war das Volumen relativ angemessen, sage ich mal, für diesen Pump. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ihr seht schon hier, oder ich habe es heute früher schon in der Telegram-Gruppe gepostet, so einen kleinen, zumindest mal vorläufigen Ausblick. Wir haben multiple Bearish Divergences. Einerseits, wir fangen mal hier im 4-Stunden-Chart an, mit den Higher Highs eben. Dafür aber deutlich weniger Volumen. Und der RSI auch kein Higher High. Deswegen also riesige Bullish Divergence auf dem 4H, auch auf dem Daily haben wir das vorliegen. Mit abnehmendem Volumenprofil. Spricht jetzt nicht unbedingt für sonderlich hohe Kurse. Aber, so, dann geht es weiter. Wir haben hier ein mögliches Rising Wedge, was ich hier mal eingezeichnet habe. Wo wir momentan natürlich das erste Mal durch unseren Abtrend ausgebrochen sind. Trotzdem, um jetzt wieder ein bisschen näher in die Charts ranzuzoomen, seht ihr auch, wir haben noch kein Lower Low gebildet. Also so mit Schlusskursen Lower Low, dann wäre ich schon eher bei Trendbruchs. Momentan gefällt mir das eigentlich noch relativ gut für eine kleine Korrektur, sage ich jetzt einfach mal. Warum? Auch hier wieder ein bisschen aufs Volumenprofil hier eingehen. Seht ihr, wir hatten hier diesen Volumenpeak, wir hatten diese zwei Volumenpeaks und dann halt eben der da oben, der noch nicht abgeholt wurde. So, und eben genau diese Volumenpeaks, den wir einerseits hier haben, der wurde abgefischt und den wir dann auch hier haben, auch der wurde abgefischt. Und jetzt haben wir hier in diesem Bereich um 22.900 US-Dollar erst einmal Support gefunden. Das gilt es natürlich auch erst einmal zu halten, weil die nächste Volumenunterstützung würde dann erst hier unten bei den 22.500 US-Dollar liegen. Oder, wenn wir dann wieder ein bisschen, sage ich mal, weiter rauszoomen, dann hier unten eben die 21.600 US-Dollar. Also, das sind jetzt so die Zonen, die wir ein bisschen im Auge behalten sollten. Es ist möglich, sollte jetzt dieser Bereich hier nicht halten, ist es weiterhin möglich, dass wir hier runtergehen Richtung 21.600 US-Dollar. Hier nochmal dieses ehemalige Profil im Endeffekt bestätigen, nochmal als Support. Und dann den letzten Anlauf, am besten bis Mittwoch, wäre mir ganz recht, bis zum Fettzinsentscheid, Richtung 24.400 US-Dollar oder sogar 25.200 US-Dollar zu starten. Warum 24.400, habe ich heute früher auch schon mal angesprochen, aber nicht reingezoomt. Da seht ihr hier drüben noch aus vergangenen Tagen, das hat man hier 17. August, wo wir hier noch ein bisschen sehr viel Short-Volumen drin haben. Also, das wäre so die nächste Unterstützung. Ansonsten seht ihr auch hier drüben nochmal diese kleine Ineffizienz, wo hier oben bei ungefähr 24.700 US-Dollar ist. Also, das sind so die nächsten Zonen, sage ich jetzt einfach mal nach oben hin, die wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Sollte hier dieses High wieder reinkommen, bei hier bei den 21.600, ist es sehr wahrscheinlich. Ansonsten mal gucken, ob ich hier vielleicht sogar noch eine kleine Long-Position eröffne in diesem Bereich, so als kleinen Bounce mit engen Stop-Loss um die Region 22.800 US-Dollar hier rum, unter diesen Lows auf jeden Fall. Weil an sich vom Volumenprofil her haben wir hier nichts mehr wirklich abzufischen. Der nächste Step kommt dann erst hier unten bei den 21.600. Mal gucken, vielleicht schicke ich da jetzt noch spontan ein Setup rein und da müssen wir mal gucken, ob wirklich das ein Trendbruch jetzt vorliegt. Das wäre dann hier oben bestätigt nochmal bei den 23.600. Das heißt für uns, Long hier, Rejection hier oben, wäre auch perfekt mit dem Rising Wedge, würde dann eher auch dafür sprechen 21.600 dann. Ansonsten brechen wir das Golden Pocket nach oben hin, ist auf jeden Fall wieder Luft bis 24.400 oder sogar 25.200 die Region. Das sehe ich immer noch so ein bisschen, bis zum Fettzinsentscheid ist das auf jeden Fall ein mögliches Ziel, was ich sehe erst einmal. Und danach aber, ganz ehrlich, wenn die Zahlen nicht überaus positiv sind, wovon ich irgendwie nicht ausgehe, diese 0,25% sind zwar eingepriesen, aber die Marktlage und alles ist einfach momentan zu bullish und zu sehr auf Fett ausgelegt. Deswegen warten wir jetzt erstmal ein bisschen ab. Für mich immer noch ein Korrekturlevel hier unten, diese 18, 19k weiterhin im möglichen Bereich. Weil wenn wir hier im Endeffekt das Golden Pocket auch nach oben hinziehen, schauen wir uns mal ganz kurz ab, wo der Pump hier begonnen hat, hier in dieser Region. Und ziehen es dann zu unserem gestrigen High, wären wir hier genau bei den 19 bis 19,2. Also das ist so dieser Bereich, den ich anvisiere. Maximal bis 18k erstmal runter und dann von hier aus einen impulsiven Bounce nach oben. Gut, dann rüber der Blick zu Ethereum. Sieht nicht sonderlich geil aus. Hier haben wir das ganze Wochenende oder die letzten Tage immer darüber gesprochen, okay, wir müssen durch diesen Downtrend raus. Den haben wir dann gestern nach oben hin durchbrochen, in der Spitze bis 1.660 US-Dollar, ohne wirkliche Volumenunterstützung. Sehen wir auch hier, war eher so mitgezogen durch BTC. Jetzt sind wir aber an einem entscheidenden Punkt einerseits. Dieser Downtrend, den wir hier eben mehrmals getestet haben, den testen wir gerade wieder, sind jetzt schon drunter gebrochen. Aber uns gibt dieses Golden Pocket von dieser gesamten Bewegung hier erst einmal ein bisschen Unterstützung. Das Kleine, sollten wir jetzt von hier ziehen, sind wir schon deutlich durch und kämpfen hier mit 0,786. Also es ist auch so ein Point of No Return, sage ich jetzt einfach mal. Sollten wir uns hier stabilisieren, ist es möglich, dass wir nochmal die Highs hier oben bei den 1.680 auf jeden Fall nochmal abgreifen. Wäre auch meines Erachtens nach wichtig. Auch für die FED sollte FED doch negativ ausfallen. Und wir kriegen diesen Dump, der ja im Endeffekt schon die ganze Zeit auf der Liste steht. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt wieder nur durch News getrieben ist, sondern wirklich, weil es eigentlich im Bereich des Möglichen ist, durch diese ganzen Divergenzen und sonstigen, was wir eben hier haben. Und ja, auf jeden Fall, diesen Bereich müssen wir jetzt erst einmal halten. Kriegen wir hier eben diesen Bounce rein. Sehr wahrscheinlich deshoch abgreifend 1660 oder 1680. Und danach wird es dann halt interessant, weil dazwischen haben wir nicht mehr viel. Und dann kann es auch relativ flott Richtung 1760 bis sogar 1800 US-Dollar gehen. Aber da muss natürlich auch Bitcoin mitspielen. Und ich sage jetzt mal, der gesamte Markt, ihr seht schon hier drüben, vieles endlich mal ein bisschen im Minus 5. Teilweise sogar manche Altcoins mit 10% im Minus. Aber muss halt auch mal sein. Wir sind jetzt in den letzten Tagen, Wochen so exorbitant nach oben hingestiegen. Da hat sich ein bisschen was angeschaut, so ein paar Gewinnmitnahmen jetzt kurz vor der Fed oder heute auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir können uns noch mal ganz kurz, auch hier den Traders Reality Indikator mal ganz kurz geben, wo wir uns hier befinden. Hier sind wir einerseits das Psi High komplett durchgefallen mit einer roten Candle. Aber das Psi Low könnte noch auf uns warten bei 1550 US. Wir sehen hier aber schon eine schöne, ja was ist es, rosa, pink, wie ihr es nennen wollt. Ich nenne es pink, Kerze, wo schon mal ein bisschen hier ein bisschen Druck rausgenommen wird. Schauen wir jetzt einfach mal, wie sich das entwickelt. Aber dieser Punkt hier ist sehr, sehr entscheidend. Vector Candle wurde aufgefüllt, auch gutes Zeichen. Also schauen wir jetzt einfach mal, wie sich die nächsten Stunden auf jeden Fall hier entwickeln. Und ja, dann schauen wir noch mal ganz kurz zu den News bei CryptoGuru. Hat sich nichts getan, oder? Ne, ist von gestern noch, da hat sich nichts getan. Sollten irgendwelche News kommen, schaut einfach in die Telegram-Gruppe rein. Da wird es dann sofort aktualisiert, weil wir da einen Bot drin haben. Und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, sehr, sehr gerne. Und wenn ihr eine Börse sucht, BingX, Link unten in der Videobeschreibung. Und auch natürlich der Link zu der Telegram-Gruppe. Gut, dann war es von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen früh zu einem Update-Video wieder. Ihr könnt auch gerne eure Altcoin-Wünsche unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Bock darauf habt, welche ich diese Woche vielleicht mal rannehmen soll. Kann man so sagen, nicht falsch verstehen. Die wir uns mal anschauen sollen, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Wochenstart und wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.